Es wäre fantastisch, wenn Sie jetzt ganz einfach Ihrer Begeisterung freien Lauf ließen und Ihren Gefühlen natürlich ebenfalls. Ich werde Sie jetzt fragen, wie Sie heute diesen Abend empfinden und es wäre fantastisch, wenn Sie jolem, pfeifen, klatschen, alles, was Ihnen einfällt, okay? Und unser Tontechniker wird dieses aufzeichnen. Meine Damen und Herren, wie ist das Feeling heute Abend? Wow, Uli, ist er das? Der 20-Millionste? Er ist es. Der 20-Millionste Golf, meine Damen und Herren. Heute Morgen vom Band gelaufen. Schau mal, Sie sitzen alle drin. Sie sitzen alle drin. Liebe Gäste, wir begrüßen von der Volkswagen AG Dr. Ferdinand Piech. Herr Dr. Ferdinand Piech, noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank für diese wundervolle Überraschung, die Sie uns heute mit dem 20-Millionsten-Golf gemacht haben. Ich habe mir sagen lassen, er sitzt in Block B, Reihe 5. Und da ist er. Schönen guten Abend. Kalle Böse. Sie sind Kalle Böse. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Kommen Sie doch mal mit mir mit. Alles Liebe. Okay. Edwina Depota. Schon der Name ist Musik, meine Damen und Herren. Die Mutter Deutsche, der Vater Belgier. Sie ist inzwischen eine der gefragtesten Entertainerinnen in ganz Deutschland. Sie tanzt, sie singt, sie moderiert. Ich denke, wir sollten es wagen. Wir haben ja heute 6.500 Gäste. Sie können sich vorstellen, dass so eine Arena jetzt nur darauf wartet, erobert zu werden. Und die Einweihung, die begehen wir natürlich mit spitzen Sportlern und spitzen Künstlern aus unserer Region. Ich freue mich jetzt ganz besonders, Ihnen eine Augenweide präsentieren zu dürfen. Sie erleben jetzt die rhythmische Sportgymnastik. Ich darf es dir vorstellen. Und zwar Herrn Michael Zimmermann. Herr Zimmermann ist einer der Planer und Architekten für diese Halle. Ja, den kenne ich wohl. Wen hast du dann noch auf dem Radlader? Herr Harald Löhndorf. Herr Löhndorf. Herr Löhndorf ist der Hauptniederlassungsleiter für ganz Neufelschland der Firma Dickeha von Wittmann, die diese Halle als Generalübernehmer gebaut hat. Dann Herrn Gerhard Glugowski. Ja, Herr Gerhard Glugowski ist Vorsitzender des Deutschland. Drin in der Hand. etti in der Arbeit. Drin in derroid. Drin in der Arbeit. You're my Santa Barbara Baby, you can turn me on